Es ist endlich mal wieder warm draußen, also haben wir uns gedacht, wir hocken uns in so einen schönen Uni-Bunker. Haben wir nur leider nicht damit gerechnet, dass das Stufo-Zimmer auch extrem warm ist. Und deswegen lassen wir uns jetzt entspannt sanft garen, um für euch da draußen einen wunderschönen Podcast zu produzieren. Und an meiner Seite ist unter anderem Arno. Hallo, ich bin hart am Schwitzen. Ich bin auch dabei, ich bin der Moritz. Mir geht's auch gut, aber hier ist es viel zu warm drin, also man schmilzt wirklich im Büro. Das ist ein schöner, fensterloser Raum, wo man auch keine Möglichkeit zum Lüften hat. Also haben wir uns gedacht, podcasten wir doch ein bisschen. Und ja, um was soll es denn heute gehen? Heute soll es um wahrscheinlich einen der größten Regisseure unserer Zeit gehen und auch der letzten Jahre und Jahrzehnte, nämlich Ridley Scott, der schon Ende der 70er angefangen hat und auch dieses Jahr mal wieder einen Film in die Kinos bringt mit Napoleon und auch nächstes Jahr das Gladiator-Sequel macht. Hm. Schaut ihr Ridley Scott-Filme schon immer? Seid ihr ein Fan? Weil mir ist tatsächlich irgendwann aufgefallen, also es ist gar nicht so, dass ich gezielt Ridley Scott-Filme geschaut habe. Ich habe nur immer wieder Filme geschaut, natürlich, weil ich Filme liebe. Und dann habe ich da mal geguckt, wer ist denn da der Regisseur? Und dann stand da auf einmal Ridley Scott. Und der Name ist dann immer und immer häufiger aufgetaucht. Und ja, im Zuge von diesem Podcast habe ich jetzt mal geguckt, wie alt ist denn der Mann eigentlich? Und der ist 85 oder wird 85. Und das ist schon, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte irgendwie, der ist schon in seinen 60ern oder so. Das hat mich ein bisschen schockiert. Genau, das haben wir jetzt als Anlass genommen, mal so ein bisschen durch seine Filmografie zu schauen. Was sind denn so die Highlights, was vielleicht denn die Lowlights? Ich glaube, du hast sogar seinen ersten Film gesehen. Ja, zumindest laut Letterboxd seinen ersten Feature-Film und laut Wikipedia, glaube ich, The Duelists von 77. Und wenn man ein paar seiner späteren Filme gesehen hat, merkt man auf jeden Fall, ja, es ist ein Ridley Scott-Film und es macht sehr viel Sinn, in welche Richtung sich dieser Mann dann danach entwickelt hat. Weil es ist ein Historienfilm. Es spielt auch schon zur Zeit von Napoleon in Frankreich. Also es ist ja schon eine kleine Brücke tatsächlich zum Film, den er dieses Jahr macht. Und es geht um zwei Männer, um zwei Duellanten. Einer gespielt von Harvey Keitel und einer gespielt von einem Mann, dessen Namen ich leider vergessen habe. Der ist aber nie so groß geworden wie Harvey Keitel. Die duellieren sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Irgendwie, ich glaube, fünf, sechs, sieben Mal. Basiert laut dem Film selber auf wahren Begebenheiten. Ich habe es jetzt nicht selber nachgeschaut. Und ist insofern interessant, als dass er, wo Ridley Scott später, ich sag mal, bei Gladiator stören sich viele Leute ja dran, dass der eigentlich mit einem Historienfilm und, ich sag mal, wirklicher geschichtlicher Nacherzählung von dem, wie es ansatzweise passiert sein könnte, sehr, sehr wenig zu tun hat. Und der ist tatsächlich sehr realistisch. Gerade auch in diesen Duellsequenzen. Das sind tatsächlich Fechtsequenzen. Und die sehen tatsächlich auch extrem geil aus, weil sie nicht irgendwie so überstilisiert sind. Das ist jetzt kein Star Wars Episode 3 oder sowas. Sondern es ist tatsächlich, es fühlt sich zumindest für mich als Laien so an, als könnte das tatsächlich ein echter Fechtkampf sein. Und das funktioniert dadurch wahnsinnig gut tatsächlich. Und ist sehr interessant mal anzusehen. Einfach, weil es eine Kampfsequenz ist, die mal ein bisschen, ja, sich sehr geerdet anfühlt. Da wäre jetzt mal so meine Frage. Wir können ja dann später noch mal uns einzelne Filme von ihm rauspicken. Aber für was steht denn Ridley Scott bei euch? Ich habe so ein bisschen Halbwissen über ihn auch, was ich mir so über die Zeit angelesen und angehört habe. Für was steht denn für euch dieser Regisseur? Ich finde, dass er vor allem dafür steht, dass er auch ein Auftragsregisseur ist. Also der schreibt die Drehbücher nicht selbst, sondern der adaptiert sie einfach. Aber das macht er in einer Zeit, das ist Wahnsinn, wie schnell der einen Film raushaut. Und ich habe da ein Interview gelesen mit Ben Affleck. Und der meinte, dass Scott mit fünf bis sechs Kameras gleichzeitig operiert, um eine Szene zu drehen. Und dafür steht auch Scott, dass er fantastisch blocken kann, also die Szenen, und dadurch effizient arbeitet. Und wir haben uns auch mal die Budgets angeguckt von den Filmen, die jetzt nicht so hoch sind wie in anderen Hollywood-Produktionen. Und da fällt Scott auf jeden Fall auf, dass er effizient und schnell arbeiten kann. Das Interview, von dem du jetzt gerade geredet hast, das war dann zu The Duel wahrscheinlich, oder? Genau, genau. Ja, also da würde ich dir absolut recht geben. Gerade diese Effizienz wird mir immer nachgesagt, wenn man auch einfach mal so die Filmografie durchschaut. Da kommt wirklich Schlag auf Schlag, kommt ein Film nach dem anderen raus. Und das sind auch alles keine ... Also ich glaube, selbst die schlechteren Ridley-Scott-Filme sind immer noch okay oder ganz gut so. Ich bin nicht sein allergrößter Fan, das kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf. Aber ich finde, er hat ein paar ganz, ganz, ganz große Filme auch gemacht. Ja, wie ist das bei dir? Also ich habe irgendwann mal, habe ich gelesen, was in starkem Gegensatz zu den Niveau-Neuve-Sets, und zwar, dass seine Kamera immer extrem statisch ist. Die bewegt sich selber nie. Der schwenkt ein bisschen, der zoomt ein bisschen, aber es gibt quasi keine Kamerafahrten in Ridley-Scott-Filmen. Da habe ich so drüber nie nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst ... Achte mal drauf. Es ist tatsächlich ganz witzig. Der erzählt viel in so Totalen, glaube ich. Genau, der erzählt ... Und dann ist mir auch aufgefallen, dass es ganz viel immer in so recht schlecht beleuchtet ... Also jetzt nicht irgendwie künstlerisch schlecht beleuchtet, sondern einfach so düsteren, diesigen, vernebelten, verrauchten Innenräumen häufig. Und dann immer mit einer recht statischen Kamera, die immer so ein bisschen so Gemäldeästhetik hat häufig auch, wo man einfach ewig theoretisch auf einen Still davon schauen könnte und einfach wahnsinnig viele Details drin entdecken kann. Das ist für mich immer so ein klassischer Ridley-Scott-Shot, würde ich sagen. Ich finde es auch interessant, dass er immer noch viel Filme macht, die jetzt in der Historie verankert sind, weil diese Filme sind im Box-Office nicht wirklich erfolgreich. Ich glaube, es können nicht so viele Regisseure noch solche Filme machen. Also wenn ich mal angeguckt habe, was ich von ihm gesehen habe, weil ich war als Kind auch ... Oppenheimer. Ich war als Kind auch großer Historien-Fan und dann habe ich natürlich so Sachen geguckt, wie irgendwann dann Robin Hood oder Kingdom of Heaven nachgeholt. und das sind alles so Mittelalter-Filme. Und ich finde es interessant, dass er in diesem Setting noch Filme macht, weil da gibt es auch so Filme wie Exodus oder sowas, die so massive Flops sind. Und ich glaube, die Studios trauen sich da nicht so oft, diese Filme zu machen. Also bei mir steht er vor allem für zwei Genres und das ist zum einen natürlich die Historien-Filme, die ihr jetzt schon angesprochen habt, und auch Science-Fiction. Und gerade Science-Fiction wird Ridley Scott eigentlich immer, wenn dieses Genre aufkommt, immer als einer der ersten Namen gedroppt, was eigentlich relativ komisch ist, weil so viel hat er da gar nicht gemacht. Also er hatte bis vor ein paar Jahren, bis jetzt seit er mit diesen Alien-Filmen weitergemacht hat, hat er eigentlich im Wesentlichen Blade Runner gemacht und Alien, was halt, sage ich mal, zwei Meilensteine dieses Genres sind. Aber danach dachte er sich so, ja, jetzt habe ich das eigentlich durch, jetzt mache ich wieder was anderes. Und das finde ich schon bezeichnend. Und, und das will ich auch noch anschließen, für mich steht Ridley Scott immer für sehr authentische Bilder. Und vor allem, der Mann versteht es einfach, CGI-Shots und Practical Effects wirklich, wirklich, wirklich gut zu vermischen. Und das, also Ridley-Scott-Filme sehen immer toll aus. Also ich bin kein, kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf, wenn es um Alien geht, Ich bin nicht der größte Fan von Prometheus und auch Alien Covenant, aber das sind fantastisch aussehende Filme, da kann man wirklich gar nichts sagen. Dafür steht Ridley Scott auch wirklich. Vor allem, weil er das dann halt trotzdem zu einem Budget produziert, das sich halt wirklich im Rahmen hält. Gut, ich weiß nicht, mag jemand vielleicht mal von euch anfangen und seinen Lieblings-Ridley-Scott-Film vorstellen? Ja, ich kann anfangen. Mein Film ist nur nicht der typische Scott-Film, aber ich kann ihn gerne mal vorstellen. Ja, dann fang drauf. Denn es ist ein Film, der wird gar nicht so oft erwähnt, wenn man über Ridley Scott redet. Denn der Film ist eher ein Bonnie und Clyde Südstaaten-Drama-Krimi-Film. Der heißt Thelma und Louise. Und hier wird so diese Grundformel ein bisschen verändert. Es geht darum, dass zwei Frauen beschließen, für einen Abend mal wegzugehen, bis in die Stadt zu verlassen. Und die eine Frau wird dabei von einem Mann vergewaltigt. Die andere greift zur Waffe und erschießt ihn. Und dabei kommt es halt zu Missverständnissen, wodurch die beiden sich ja irgendwie inkriminieren. Und deswegen müssen sie durch die Südstaaten fliehen. Ja, es ist so eine Story, wo diese Thematik von männlicher Gewalt, männlicher Übergriffigkeit und auch die Rolle der Frau in dieser amerikanischen Gesellschaft der 90er hinterfragt wird. Und ich finde, dieser Film ist sehr interessant, weil das A, das Drehbuch auch von einer Frau ist. Und das B in der Zeit kam, wo auch viel über diese Wirkung von Gewalt in Medien geredet wurde. Da kam in der Zeit auch Natural Born Killers raus, von dem Tarantino das Drehbuch geschrieben hat, oder True Romance. Und dieser Film ist sehr ähnlich, würde ich sagen. Er hat auf jeden Fall sehr interessante Bilder, sehr weitläufige Bilder und nutzt diese Südstaaten-Flair auch aus, wie zum Beispiel auch ein Terrence Malick das macht. Ich finde, deswegen ist dieser Film auch so ein bisschen außerhalb seiner Reihe, weil der sehr, sehr bräunlich ist in dieser Farbgebung und auch doch noch ein witziger Film ist. Brad Pitch be done in Kiffer. Das war eine seiner ersten Rollen. Und deswegen kann ich diesen Film nur empfehlen. Ich habe ihn noch nicht gesehen tatsächlich. Er ist schon länger auf meine Watchers. Das ist so eine, da habe ich jetzt keine hohe Priorität drauf. Jetzt vielleicht schon. Aber wenn er mir mal vor die Schippe kommt, läuft der gerade irgendwo? Ich habe den mal auf Prime gesehen. Da war er auf Prime. Ich weiß nicht, ob der noch drauf ist. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Aber das gilt, also das ist ein Film, der in ganz vielen Filmpodcasts, die ich sonst so höre, immer wieder gedroppt wird. Also mir hat der Titel total was gesagt. Mit der Story konnte ich jetzt bisher noch gar nichts anfangen. Also ich habe den, wie gesagt, nicht gesehen. Der steht aber bei mir auch noch auf der Watchlist jetzt schon länger. Genau. Also muss ich auf jeden Fall mal nachholen. Aber ist ja, würde ich sagen, eher einer untypischen Filme für Ridley Scott. Ja, würde ich auch sagen, was sich nur so auch ein bisschen so durch seine Filmografie zieht, ist so dieses Thema auch männliche Übergriffigkeit und auch schon Frauen, die mit Traumata umgehen müssen. Und ich finde es interessant, dass er das als so ein größerer männlicher Regisseur aufgreift, dieses Thema. Und in diesem Film ist das, glaube ich, am präsentesten. Das wollte ich auch. Da wollte ich später noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn es um Alien geht gerade. Also Ridley Scott ist schon jemand, der immer wieder eine sehr starke Frauenfigur in seinen Filmen zeichnet. Also das zieht sich dann ja auch durch die anschließenden Teile. Also die Hauptfiguren Prometheus und auch in Alien Covenant sind ja auch jeweils weiblich. Und also das ist auf jeden Fall, was sich durch seine Filmografie zieht. Wenn man jetzt dann so, naja, vielleicht so The Martian oder auch Black Hawk Down schaut, dann eher weniger. Aber trotzdem interessant, dass Ridley Scott damit schon so früh angefangen hat, bevor das eigentlich ein Thema war, auf das Hollywood so krass gepocht hat. Das ist ja mittlerweile, schaut das ja ein bisschen anders aus. Ja, wenn wir dann eh schon bei Alien sind, dann kannst du auch gerne noch ... Soll ich was zu Alien sagen? Ja, sehr gerne. Gut. Ich bin gar nicht der riesigste Alien-Fan tatsächlich. Also ich mag den ersten Alien-Tatei- also natürlich sehr gerne. Das ist ein absoluter Klassiker. Ich finde, der sieht fantastisch aus. Ich mag Science-Fiction, ich mag Horror. Das ist perfekt, praktisch die perfekte Kombination dieser beiden Genres. Für mich ist das aber vor allem ein Film, den ich total liebe, weil er eben diese praktischen Effekte noch hat. Und ich habe die letzten Wochen und Monate da ein bisschen dazu genutzt, die ganze Alien-Reihe durchzuschauen. Also auch die übrigen Filme und auch Alien vs. Predator und danach auch noch Predator. Aber ich bin bei diesem ganzen Franchise, wenn man das jetzt mal so zusammennehmen will, ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, es gibt eigentlich nur sehr wenige wirklich gute Filme in diesem Franchise. Dazu würde ich jetzt Alien und Alien 2 zählen. Aber gerade das Creature-Design von Alien 1 ist halt so was Besonderes und was, was man noch nie gesehen hat. Und auch Alan Ripley als Protagonistin ist was ganz Neues gewesen damals. Und ich glaube, sie hat für mich so ein bisschen den Platz eingenommen, der für viele Sarah Connor aus Terminator ist. Weil Terminator hat mich nie so mitgerissen. Da war ich dann immer eher bei Alien. Ich weiß nicht, habt ihr Alien im Kino sogar vielleicht gesehen? Oder also der wurde ja immer mal wieder neu aufgeführt. Da war ich noch zu jung. Ah, okay. Ja, der kam tatsächlich in der Corona-Pause, kam er, also da hatten die Kinos ja noch mal kurz auf, und da kam ganz viel altes Zeug noch mal. Und da kam unter anderem auch Alien und ich habe ihn da leider verpasst. Aber ich mag Alien. Ich bin vor allem vom ersten Teil, würde ich sagen, schon noch ein Fan. Ich finde es ein bisschen schade, wohin sich das Franchise entwickelt hat. Wie ist es denn bei euch? Ich muss sagen, ich mag den ersten, ich finde den zweiten noch mal besser. Weil ich rede jetzt noch ganz kurz drüber, weil wir eigentlich über Ridley Scott reden. Aber was James Cameron da abfackelt, klar, es ist an sich das klassische Sequel mit höher, schneller, weiter. Aber er macht es einfach, James Cameron üblich, einfach so gut. Und ich bin tatsächlich drauf gekommen, den zu schauen, weil, klar, Aliens hatte ich schon länger auf meinen Watches. Den ersten hatte ich schon vor längerer Zeit mal gesehen. Weil Chris McQuarrie, also der Mission Impossible Tom Cruise Regisseur, hat auf Twitter gepostet mal, er wurde gefragt, ich glaube, was war die Frage, Filme mit gutem Production Design. Dann hat er als mit den ersten und besten genannt, hat er Aliens. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ach du Scheiße. Dieser Film ist was, Anfang der 80er rausgekommen? Oder Mitte der 80er? Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ja, irgendwann... Ich glaube, 86 habe ich irgendwie im Kopf umdrehen, Dreh. Und der sieht so gut aus. Vielleicht ein bisschen die 80er-Jahre-Blitzeffekte, die jeder Film einfach copy and pasted hat, sind vielleicht ein bisschen veraltet. Aber ansonsten ist dieser Film so hochwertig produziert und gemacht und gefilmt und fühlt sich so... Also diese gesamte Welt fühlt sich an, als könnte man darauf rumlaufen. Und dann fahren die da mit irgendeinem Gefährt durch irgendein Dorf auf irgendeinem fremden Planeten und es sieht einfach so geil aus. Der kam 86 raus, ich habe übrigens gerade geschaut. Cool. Ja, was ist deine Verbindung zum Alien-Franchise? Hast du überhaupt eine? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben mal den ersten Alien-Film auf einer Leinwand in einem Wohnzimmer geguckt und es war sehr toll, weil ich habe, glaube ich, bei sonst nur 2001, dem Film, das Gefühl von diesem beklemmenden Weltall, das einen komplett verschluckt und man einfach diesen stillen, leisen Tod stirbt und dieses Gefühl, das Alien 1 hatte, fand ich fantastisch, vor allem für so einen Film, der von 1979 ist. Das ist ein absolut spannender und auch wirklich gruseliger Film. Also ich muss da, ich kann da wirklich nur noch The Thing nennen, der so atmosphärisch auch recht ähnlich ist, aber diese Meisterleistung schafft zwischen Sci-Fi und Horror. Auf jeden Fall bin ich ein größerer Fan vom ersten Alien-Film. Ich muss sagen, der zweite war mir dann zu actionlastig. Bei mir ist es genauso, ich backe auch den ersten lieber. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die wird ganz oft aufgeworfen und die Antworten sind auch sehr unterschiedlich. Also da gibt es nicht die eine Antwort und so kann man so jetzt gatekepen und sagen, oh, du brauchst Aliens folgen. Ich mag halt Actionfilme lieber als Horrorfilme. Das ist genau der Grund, warum für mich der zweite besser funktioniert. Ja, ich finde, der Film hatte eine der geilsten Taglines, die es überhaupt gibt im Weltall. Der hört dich niemand schreien. Der ist mega. Das ist eine supergeile Tagline. Es gibt auch, wurde ja auch mehrfach zitiert und abgewandelt und gibt es eine der besten für Hornballungen, Ballhornungen. Davon fand ich von Death of Stalin In the Kremlin Nobody Hears Your Scheme. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ja, cool. Nee, kennt ihr so ein bisschen die Hintergründe zur Produktionsgeschichte? Ich glaube, da können wir jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil das würde den Rahmen dieses Podcasts hier sprengen. Da reden wir lieber nochmal separat über Alien. Aber es ist tatsächlich relativ interessant, weil Alien mit dem Künstler HR Giga, heißt das so, wenn ich weiß, eigentlich seinen Ursprung so ein bisschen bei Dune findet. Genau, weil Alejandro Jodorowsky damit beauftragt wurde, in den 70ern oder Ende der 60er sogar schon Dune von Frank Herbert zu verfilmen. Wir kennen es alle jetzt von Denis Villeneuve. Und der hat sich hingesetzt und hat so wirklich die besten Leute auf ihrem Gebiet, auf der ganzen Welt eigentlich zusammen getrommelt. Hat einen Blankoscheck bekommen vom Studio effektiv. Wenn man sich mal die Filme von Jodorowsky angeschaut hat, die er davor gemacht hat, ist es vielleicht aus heutiger Perspektive ein bisschen unverständlich. Aber auf jeden Fall, der hat sich einen Orson Welles ausgesucht, der den Baron Harkonnen spielen sollte zum Beispiel. Der hat sich Pink Floyd und Genesis und noch irgendeine Band rausgesucht, die jeweils die Musik für einen einzelnen Planeten machen sollten. Und unter anderem hat er sich eben HR Giga rausgesucht, um ein bisschen die Welt zu designen und die Raumschiffe zu designen. Und dann ist dieses ganze Projekt vor die Hunde gegangen. Gibt es eine tolle Doku, Jodorowskis Dune heißt, die kann ich jedem nur empfehlen. Gibt es glaube ich sogar auf YouTube. Ich meine ja. Wahnsinnig faszinierend. Und dann wird dieser Film unterm Strich nicht gemacht, hat aber wahnsinnig viel übrig gelassen. Unter anderem eben diese Concept Designs von HR Giga. Und die fand, Ridley Scott dann scheinbar so cool, dass er gesagt hat, das wäre doch echt schade, die liegen zu lassen und hat ihn dann beauftragt, eben das Alien zu designen. Genau. Und hat sich davon sehr stark inspirieren lassen und auch von diesem ganzen, ich sage mal, analogen Interieur, was ja Alien gerade so vom Production Design her ausmacht, dass es eben nicht so dieses Hochglanz-Sci-Fi ist, sondern eben dieses dreckige, geerdete, was sich mehr nach einer Ölraffinerie anfühlt als nach Sci-Fi. Dieser Retro-Futurismus nennt man das glaube ich auch. Das ist auch glaube ich ein bisschen ein Kritikpunkt an seinen Alien-Sequels, die er dann selbst gemacht hat, also beziehungsweise Prequels, also mit Prometheus und Alien Covenant, weil die spielen ja Timeline-mäßig vorher, aber die haben halt diese ganzen Touch-Displays und Hologramme und all so ein Quark und das ist, dann fragt man sich so, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars, wo man sich denkt so, warum sehen die Prequels so technisch viel besser aus halt als die Originale? Naja, das ist der Zeit geschuldet. Ich mag diesen Retro-Futurismus aber total gerne. Also ich finde dieses dreckige Sci-Fi, ich liebe das, ich liebe Sci-Fi-Filme genau aus dieser Zeit und Alien ist da eben ein ganz großer. Und ich finde, Alien hat auch eine der besten Szenen der Filmgeschichte, die Bauchöffner-Szene, also die vergisst man einfach nicht. Und da sieht man einfach auch, ich glaube, Cameron hat da auch schon mitgearbeitet an dem ersten Film und hat da, glaube ich, die Effekte mitgemacht. Ich weiß es nicht, klingt realistisch. Das würde ich dir jetzt dort abkaufen. Wusstet ihr, dass für diese erste Bauchöffner-Szene in Alien 1 als Ridley Scott den restlichen Castmemmern, außer natürlich der betreffenden Person, nicht Bescheid gesagt hat, was da passiert. Und die Leute, wie sie da schreien, das ist echt. Und deswegen hört man teilweise auch das Mikroknacken, weil die eine Schauspielerin zu nah ans Mikro gekommen ist und deswegen das übersteuert hat. Also das ist tatsächlich eine echt gedrehte Szene. Ein bisschen verrückt, was der Typ da gemacht hat. Cool. Gut. Ja, ich würde sagen, über Alien reden wir dann irgendwann mal in einem separaten Talk nochmal. Ich würde dir jetzt mal das Wort übergeben und du darfst deinen Lieblings-Scott-Film vorstellen. Ja, gerne. Ich muss mich entscheiden zwischen Blade Runner und Gladiator. Aber ich nehme tatsächlich Gladiator, weil mir mehr Fun-Facts dazu einfallen. Weil das ist für mich, wenn wir jetzt Alien schon hatten und einen gar nicht mal so prototypischen Ridley-Scott-Film mit Thelma und Louise, nehme ich mal einen absolut prototypischen Ridley-Scott-Film mit einem Historiendrama. Oder Historien-Epos eher. Ich glaube, Gladiator haben viele Leute gesehen, ich behaupte, es ist der absolute Lieblingsfilm aller Väter auf diesem Planeten. Ich habe mal rumgefragt, alle Väter von Freunden und Freundinnen, die ich kenne, alle lieben Gladiator. Ich weiß nicht, fragt eure Väter mal, ich bin mir sicher, sie mögen auch Gladiator. Mein Vater ist ganz komisch mit seinem Filmgeschmack. Er mag Gladiator, wetten. Nee, nee, der mag das immer nicht, wenn viel gekämpft wird. Der mag keine Gewalt in Filmen und da, glaube ich, findet ein Gladiator kein ruhiges Raster. Das ist nicht der richtige Film. Okay, aber vielleicht macht er für Gladiator eine Ausnahme. Das würde mich nämlich wundern, wenn es mal so wäre. Also für meinen Vater wird es perfekt Gladiator 2, weil da spielt sein Lieblingsschauspieler mit, Denzel Washington. Und es ist Gladiator, das liebt er auch. Also bei meinem Vater ist er voll ins Richtige getroffen. Aber erst mal, worum geht es? Für die Leute, die es noch nicht kennen, geht es um einen römischen Legionär, der ziemlich krass ist, wird dann aber verraten und endet eben als Gladiator und muss sich hochkämpfen und landet dann im Kolosseum in Rom, wo er dann gegen den Mann, der ihn verraten hat, den neuen, gar nicht mal so legitimen Kaiser trifft, der dann oben sitzt und so weiter. Also ich glaube, man sollte sich den Film anschauen, weil die meisten werden ihn eh schon gesehen haben. Aber was ich an dem Film mag, ist, ich mag den Anfang und ich mag das Ende und ich finde das dazwischen tatsächlich auch ganz cool. Was aber sehr überraschend ist, wenn man die Produktionsgeschichte kennt. Die war nämlich sehr katastrophal. Die hatten damals ein Script für die ersten 20 Minuten ungefähr, also für die erste Schlacht und für die ersten paar Gespräche danach in den Zelten. Und dann hatten sie teilweise keine Ahnung mehr, was sie überhaupt drehen sollen. Deswegen gibt es in dem Film auch ungefähr so nach 20 Minuten eben gibt es Szenen, wo Russell Crowe, der Hauptdarsteller, einfach nur in seinem Kostüm, einfach nur durch dieses Camp geht und irgendwie Ziegen streichelt oder so, weil sie nicht wussten, was sie drehen sollten. Aber sie hatten die ganzen Leute schon da. Und diese paar Szenen haben es dann tatsächlich auch in den fertigen Filmen geschafft. Und am Ende haben sich dann Drehbuchautor Ridley Scott und Russell Crowe in eine Bar gesetzt und das Skript für den nächsten Tag geschrieben. Und wenn man sich den Film mit diesem Wissen anschaut, merkt man gerade so in der Mitte, merkt man es dem Film schon ein bisschen an. Gegen Ende finden sie es dann wieder gut zusammen, aber in der Mitte zerfasert es sich ein bisschen. Da werden ein paar Sachen angefangen, ein paar Sachen angesprochen, wo man sich denkt, ah cool, das kommt sicher nochmal und dann passiert eigentlich nie wieder was damit. Aber ich finde den Film trotzdem wahnsinnig episch. Er sieht wahnsinnig toll aus für das Jahr 2000, was bei einem Historienfilm nicht zwangsläufig gegeben sein muss. Die Musik von Hans Zimmer ist phänomenal. Gut, der Soundtrack von der Schlacht am Anfang ist eins zu eins das, was er danach für Flucht der Karibik nochmal gemacht hat. Ist wirklich so. Achtet mal drauf. Aber ich finde den Film wahnsinnig unterhaltsam. Er sieht toll aus. Er hat ein cooles Finale, wie ich finde. Die Musik sowieso großartig. Und I am Not Entertained ist eine der coolsten Filmzitate überhaupt. Ja, das war jetzt ein Brett. Ich bin, ja, ich mag Gladiator sehr gerne sogar. Aber ich war früher kein Fan von dem Film tatsächlich. Mir war der immer ein bisschen zu lang. Ich dachte mir immer so, gerade in diesem Mittelteil, also was du gerade gesagt hast mit der Produktionsgeschichte, die wussten, was sie in den 20 Minuten am Anfang machen wollen und danach nicht mehr so richtig. Und ich finde, das merkst du dem Film auch teilweise an. Weil ich finde tatsächlich, der Anfang war immer richtig strong. Ich habe diesen Anfang gesehen und ich dachte mir, boah, ist das geil. Gib mir mehr davon. Und dann hat der Film mir noch zwei Stunden mehr davon gegeben und ich dachte mir so, vielleicht hätte ich mir das doch nicht gewünscht. Also das geht jetzt ein bisschen sehr hart. Gehe ich mit dem Film, glaube ich, ins Gericht. Ich finde, der Film hat leider nach diesen ersten 20 Minuten, hat er so einen Durchhänger. Und dann muss man sich nochmal so als Zuschauer und da total neu orientieren. Und dann kommt man wieder rein. Und entweder er verliert dich da an diesen Punkt oder du gehst mit. Und als ich ihn das erste Mal geschaut habe, hat er mich da verloren. Und ich dachte mir so, nee, das war es nicht für mich. Ich verstehe nicht, warum den alle so sehr lieben. Und dann beim zweiten Mal schauen, wahrscheinlich, weil ich wusste, auf was ich mich einlasse, hat es dann funktioniert. Und ich finde, der Film sieht auch fantastisch aus. Ich finde diese Aerial Shots von Rom finde ich ein bisschen eigenartig, weil das ist so fast schwarz-weiß an manchen Stellen. Also es ist ganz komisch vom Color Grading teilweise, fand ich. Aber gerade die Endsequenz, also in der Arena, die ist großartig. Alle Arena-Sequenzen sind super. Das ist aber wieder genau das, was ich bei Ridley Scott liebe. Alle seine Filme sind so fantastisch ausgestattet. Also die Ausstattung ist immer, immer, immer geil. Und gerade am Anfang, sowas hat man einfach noch nicht gesehen. Ja, wie ist es bei dir? Ich habe den schon viel zu lang nicht mehr gesehen. Was ich auch noch in Erinnerung habe, war, dass dieser Mittelteil so ewig lang war. Ja. Aber ich habe mir auf jeden Fall die Performance von Joaquin Phoenix gemerkt. Ich glaube, das war so sein Groß... Das ist ein Breakout. Ja, sein Durchbruchfilm gewesen. Ich glaube auch Russell Crowe, der davor schon bekannter war, hat durch den Film auf jeden Fall noch mal... Er hat ja einen Oscar für gewonnen. Ja. Und Scott war auch nominiert für beste Regie oder bester Film. Ja. Hat aber nicht gewonnen, aber... Ja, da kam Herr der Ringe raus. Ja, gut. Aber, ja, ich würde den auch gerne noch mal angucken. Vor allem jetzt, wenn nächstes Jahr der zweite Teil kommt, dann will ich den schon noch mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein guter Grund, sich den dann noch mal zuzuführen. Tipp von mir, ich habe die Blu-ray und da gibt es einen Extended Cut drauf. Da sind 10, 15 Minuten mehr drin. die mochten Hans Zimmer und Ridley Scott und Russell Crowe mochten die sehr, sehr gerne. Und beim Testpublikum sind die überhaupt nicht angekommen. Und ich habe den Extended Cut geschaut und die Szenen sind da. Ich habe sie mittlerweile alle wieder vergessen und ich werde den Film nie wieder im Extended Cut schauen. Also, das sind 15 Minuten, die der Film noch mal länger ist, die er sich noch mal zieht, die es echt nicht braucht, leider. Ich finde aber gerade bei dem Film, wenn man jetzt den Vergleich, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, zu Oppenheimer zum Beispiel zieht, war es ja auch ein Historiendrama irgendwie ist. Und ich finde, Oppenheimer geht drei Stunden, aber tatsächlich hat sich für mich Oppenheimer um einiges weniger gezogen als Gladiator. Und Gladiator ist, glaube ich, so 150 Minuten. Ja, 155. 155, genau. Das ist eigentlich nicht so krass lang. Das ist schon ein langer Film, aber da geht schon noch mehr, sage ich mal. Und ein Oppenheimer mit 180 Minuten hat sich da für mich tatsächlich weniger gezogen. Also, ich finde, gerade eben durch diesen Abfall nach diesen ersten 20, 25 Minuten hat er so seine Probleme. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Film und mit groß meine ich jetzt vor allem, und das ist auch, was sich bei Ridley Squad durchzieht, der hat immer diese großen Bilder, also diese monumentalen Bilder. Und da gibt es vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe das nämlich erst kürzlich in einem anderen Podcast gehört. Da ging es nämlich auch um Gladiator und um Hans Zimmer insbesondere. Und diese Sandalenfilme, nennt man das ja auch, die waren ganz lange out. Das ist so ein Genre, wie Western auch, das in Hollywood so ein bisschen gestorben ist irgendwann. Und da gibt es eine Anekdote. Ich bin mir jetzt leider nicht mehr ganz sicher, ob es Ridley Scotts Frau oder Hans Zimmers Frau war. Also, die beiden haben telefoniert und Ridley Scott hat Hans Zimmer diese Idee für Gladiator gepitcht. Und da haben sie sich halt über den Soundtrack, was muss da rein, wie stellen sie sich das vor? Da haben sie die ganze Nacht telefoniert. Und ich meine, dass es Hans Zimmers Frau war, die dann morgens ins Wohnzimmer kam und einen komplett übernächtigten Hans Zimmer dort gefunden hat, der komplett aufgeregt auf sie zugelaufen ist und wir machen einen Sandalenfilm und sich da riesig drüber gefreut hat und sie sagt sich nur, oh, Männer, jetzt machen sie einen Sandalenfilm. Aber ich finde es eine nette Anekdote, weil gerade Sandalenfilme, die ja so komplett out sind und jetzt ein bisschen wiederkommen, habe ich so einen Eindruck. Ich glaube, die Nivelle Nöffel doch auch Cleopatra machen, ganz groß, nach seinem Dune, drei Filmen, und Rendezvous mit Drama will er auch verfilmen. Das ist auch ein Science-Fiction-Roman, kannte ich auch nicht, werde ich wahrscheinlich jetzt aber auch demnächst lesen. Ja, Ridley Scott ist ab jetzt der Mann für die Wüste. Gut. Gibt es noch was zu Gladiator zu sagen oder wollen wir weitergehen? Ich würde sagen, wir können weitergehen, weil es gibt zwei von seinen meistgesehenen Filmen, die wir noch nicht besprochen haben, die wir aber definitiv noch ansprechen wollen und müssen. Ja. Dann würde ich tatsächlich auch über meinen Lieblingsfilm von ihm reden und das ist Blade Runner und ja, also zur Handlung muss man eigentlich nicht groß was sagen, weil die kennt man wahrscheinlich schon, es spielt in der fernen Zukunft im Jahr 2019 und ja, es gibt so eine Art Klone von Menschen, die Replikanten genannt werden und die werden halt für harte Arbeit eingesetzt und es kam halt zu einer Rebellion und diese Klone sollen eben beseitigt werden und Harrison Ford spielt eine Art Detective, die man Blade Runner nennt und eine Gruppe von Replikanten schafft es, auf die Erde zu gelangen nach Los Angeles und dieser Film ist für mich ein absolut gelungener Neo-Noir-Film, das ist eben mein Lieblingsgenre und was dieser Film perfekt macht, ist dieses Worldbuilding, diese dichte Atmosphäre, diese Vermischung von Kulturen, ich habe den Film auch erst vor zwei, drei Monaten wieder gesehen und da gab es eine Szene, die fand ich so fantastisch, der geht eher ins Haus rein und eine Gruppe von Fahrradfahrern kommt entgegen. Die sprechen Deutsch. Genau, die sprechen Deutsch. Stimmt, ja, das ist mir auch aufgefallen. Genau und diese Szene sollte eigentlich normalerweise vorbei sein, aber man sieht diese Fahrradfahrer noch fahren und diese wirklich Verliebtheit in diese Details kommt bei mir bei diesem Film finde ich das perfekt. Also Ridley Scott hat da ein Meisterwerk geschaffen, nicht nur für Sci-Fi, nicht nur für Film-Noir, sondern auch wie man Worldbuilding betreibt und wie man eine Atmosphäre kreiert. Habt ihr den Film nur im Director's Cut gesehen? Weil ich habe ihn zwei, dreimal geschaut mittlerweile und ich habe ihn tatsächlich nur im Director's Cut gesehen. Also ich habe den nur auf der Blu-Ray gesehen, leider und da habe ich halt den Director's Cut und dann schaue ich natürlich den. Aber es gibt wohl auch einen Theatrical Cut, der nicht so gut sein soll und ich meine sogar noch eine weitere Cut-Fassung. Also es gibt zwei, die man sich anschauen sollte. Das ist also Director's Cut und Final Cut. Final Cut ist der, der glaube ich auf den Blu-Rays aktuell gelandet ist. Diese haben in erster Linie einen Unterschied im Color-Grading, aber ansonsten keinen Unterschied. Und in der Kinofassung damals gab es noch ein Voice-Over und ein anderes Ende, was ein bisschen länger war, was aber ziemlich grausig ist. Das wollte Ridley Scott auch nicht, das hat das Studio durchgedrückt. Also da hat man glaube ich nichts verpasst. Ich habe es auch nie gesehen, das Ende, aber es muss wohl sehr, sehr grausig sein, weswegen der Film wahrscheinlich auch nicht so gut performt hat damals. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt bei Blade Runner, der gilt jetzt als Meisterwerk und als absoluter Meilenstein. Das war der aber nicht immer. Tatsächlich hat der das erste im Heimkino diesen Status irgendwie erlangt und zu diesem Voice-Over, das du gerade angesprochen hast, das wird von Harrison Ford selbst eingesprochen und das wurde wie gesagt vom Studio diktiert und Harrison Ford hatte da überhaupt keinen Bock drauf, fand das total bescheuert und hat das so monoton und uninteressant, wie es nur irgendwie geht, eingesprochen. weil ich dachte ja okay, dann lassen sie es vielleicht, dann denken sie sich nee, dann schneiden wir es doch raus, weil das ist ja irgendwie auch ein Schmarrn. Haben sie aber nicht, es ist trotzdem reingekommen und tatsächlich hat er wie gesagt auch damals in den Kinos und auch bei den Kritiken relativ versagt und jetzt natürlich ein absoluter Klassiker. Ja, ich finde der Film ist so einflussreich auch, wie Sci-Fi-Filme heute gemacht werden, was die Beleuchtung anbetrifft, was den Score anbetrifft, das ist einer meiner Lieblings Soundtracks von Vangelis, ja auch diese Empathie auch den ja vermeintlichen Antagonisten gegenüber, weil dieser Film wirft einige Fragen auf, wem man vertrauen kann und wer überhaupt im Recht ist in dieser ganzen Story und ja was Menschsein überhaupt ist, also das ist ja eine grundlegende Frage. Und diese komplexen Themen in einem gar nicht so arg langen Film abzuhandeln finde ich echt stark und dieses Interview von ihm wo er meinte er hätte lieber das Sequel gemacht und nicht die Alien-Filme bin ich eher froh, dass das Danny Villeneuve übernommen hat, weil A war das für ihn wahrscheinlich das beste Training, das er für Dune haben konnte und B hat das für mich diese Filme nochmal in eine andere Richtung gelenkt. Ich glaube, wenn Scott diesen Film dann noch gemacht hätte, wäre der auch anders geworden, weil ich finde Villeneuve ist da mehr mit so einem High-Concept hingegangen als Scott damals. Also ich muss sagen, ich habe den zwei, dreimal jetzt auch gesehen, doch ich meine dreimal und beim ersten Mal war ich tatsächlich gar nicht so begeistert von Blade Runner und das lag ganz einfach daran, dass ich nur den Klappentext praktisch gelesen habe und ich finde davon lässt man sich komplett in die Irre führen, denn man erwartet irgendwie so einen Terminator und den kriegt man nicht, überhaupt nicht. Dieser Film ist ganz, ganz, ganz langsam und ich glaube deswegen bricht er mit so heutigen Schaugewohnheiten. Ich persönlich mag sogar das Sequel noch lieber, also ich mag Blade Runner 2049 noch lieber, aber auch dort habe ich von ganz vielen Leuten gehört, der ist so sterbenslangweilig und der ist so langsam und da passiert nichts und einfach, der Film könnte eine halbe Stunde kürzer sein, würde nicht die ganze Zeit einfach nur schwere Musik laufen und die Leute in das Leere starren, aber ich finde, das gehört eben dazu, also es gehört bei diesem Genre eindeutig dazu, dieses Nachdenkliche, weil du denkst halt wirklich währenddessen auch nach und ja, dieser Film macht eben diese großen philosophischen Themen auf, deswegen finde ich, passt es total, aber das sollte man sich vorher bewusst machen, bevor man sich den anschaut, weil sonst wird man da gar keinen Spaß mit haben, leider. Ja, als ich den das erste Mal gesehen habe, hat er mich auch nicht abgeholt, ich fand, er sah geil aus, er war ein cooler Film, aber ich habe ihn einfach hinten und vorne nicht verstanden, ich hatte keine Ahnung, worum es eigentlich geht, ich hatte den Twist am Ende, habe ich überhaupt nicht gerafft, was da Sache ist, habe ich mich ein bisschen eingelesen, weil da finde ich ihn auch phänomenal, wo ich das Sequel tatsächlich noch mal lieber mache. Ja, ich bin beim ersten Blade Runner eine ganz weirde Figur und ich meine auch, also das reißt mich immer so ein bisschen raus, ist dieser Puppenmacher, der kommt ja dann irgendwann vor und diese ganzen Szenen in diesem Haus, die reißen mich irgendwie immer so komplett aus dieser Sci-Fi-Welt raus, die da draußen halt so existiert, ganz komisch, aber also ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich es mag oder ob ich es nicht mag, ob ich mir das anders wünschen würde oder ob ich das gut finde, so wie es gelaufen ist, aber unterm Strich kommt es ja dann darauf nicht mehr an, sondern es kommt darauf an, dass man den Film irgendwie, dass er einen zum Nachdenken angeregt hat und ich glaube, das hat er bei uns allen, oder? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Dann würde ich, habt ihr noch was zu Blade Runner, sonst würde ich weitermachen und zwar mit meinem tatsächlichen Lieblings Ridley-Scott-Film, das ist, teilt sich das immer so ein bisschen mit Alien, Alien ist so der klassischere Film, aber ich habe eine ganz, ganz, ganz große Liebe für der Marsianer, The Martian im englischen Original. Der ist gar nicht so alt, der kam 2015 raus und war damals auch für ein paar Oscars nominiert, ich glaube, damals parallel zu Mad Max Fury Road, soweit ich das noch weiß und die haben dann alles abgeräumt. Ich mag den total gerne und ich glaube, das ist aber wahrscheinlich eher was Persönliches. Vielleicht erst mal zur Handlung, es geht um Mark Watney, glaube ich, heißt Matt Damions Charakter, der wird auf dem Mars zurückgelassen, aufgrund eines Unfalls, der da passiert und seine Crew praktisch flieht vom Mars und er wird zurückgelassen. Er ist Wissenschaftler, er ist selbst Botaniker und muss dann alleine in dieser Wohnkuppel überleben beziehungsweise er muss irgendwie Kontakt zur Erde auch aufnehmen, um irgendwie Rettung zu bekommen von denen, aber er hat keine Möglichkeit erst mal mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen und ich finde, das klingt erst mal super bedrückend und das klingt so, ja, ein Mann alleine auf einem Planeten und muss da irgendwie ums Überleben kämpfen, das könnte jetzt einfach eine Zwei-Stunden-Misere aller The Road werden, wo du dich einfach nur permanent schlecht fühlst, aber das ist es gar nicht geworden. Der Film ist super witzig an Stellen, der hat so eine Leichtfüßigkeit und man schaut diesem Mann dabei zu, wie er sich, ja, mit den Problemen eben auseinandersetzt und für jedes Problem versucht, eine Lösung zu finden und das immer, ja, mit so einem Witz auf den Lippen macht und mit einer unglaublichen Kreativität und das ist für mich ein Film, ich liebe den total, weil ich liebe es, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie aus einem Haufen Müll irgendwie sich was zusammenbauen, mit dem sie dann irgendwie überleben. Ich habe früher mit meinem Papa ganz viel A-Team geschaut, also die Serie damals auch und da ist es auch immer so, ja, in der Stunde kommen die Bad Guys und jetzt bauen wir uns aus Gasflaschen, keine Ahnung, bauen wir uns irgendwelche Flammenwerfer, so MacGyver-mäßig halt und das ist, weil der Marsianer verbindet sich so diese Tüftler-Komponente mit Sci-Fi und sehr realistischem Sci-Fi, deswegen liebe ich den total. Habt ihr den beide gesehen oder? Ich habe ihn gesehen, es ist schon ein bisschen her, ich habe ihn damals glaube ich zweimal geschaut, ich fand ihn auch sehr unterhaltsam, es ist jetzt für mich kein absolutes Meisterwerk, aber einer der unterhaltsamsten Filme glaube ich, die ich je gesehen habe und ich weiß noch, dass ich eben genau alles fand ich toll, was du gerade gesagt hast und ich weiß noch, ich kann mich sehr gut an das Finale erinnern, weil ich das wahnsinnig, wahnsinnig spannend und wahnsinnig toll inszeniert fand. Ich habe das Finale auch, also ich habe den Film schon öfter geschaut mit verschiedenen Leuten und wirklich Leute, also ausnahmslos bei dem Finale saßen wirklich alle so auf der Bettkante und haben so wirklich mitgefiebert, weil das super, super, super spannend wird, weil diese Figuren und das ist halt auch die große Stärke von diesem Film, diese ganzen Figuren wachsen einem total ans Herz über diese zweieinhalb Stunden Lauflänge oder die der auch hat, also über zwei Stunden auf jeden Fall und die wachsen einem total ans Herz und deswegen am Ende fürchtet man sich wirklich darum, ich will, dass da jetzt wirklich alle nach Hause kommen und ich finde, das ist so ein, ja gerade im Kontrast zu Blade Runner, der zwar im Prinzip im selben Genre unterwegs ist, aber Blade Runner diese super pessimistische Stimmung hat, ist, der Marsianer hat so diesen positiven, diesen optimistischen Blick auf die Welt, wie die Menschheit zusammenhilft, um diesen armen Mann dort zu retten und ich finde das eine total tolle Message und eben auch ein total toller Film. Ja, hat noch irgendwer was zu sagen oder habe ich jetzt schon alles vorweggenommen, was mit dem Marsianer zu sagen ist. Matt Damon ist toll in der Hauptrolle. Das absolut. Der sieht wieder mal großartig aus, aber das ist, glaube ich, bei Ridley Scott müssen wir darüber nicht mehr reden. Ne, ich habe den tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich habe damals nur mitbekommen, dass der nominiert war für Beste Komödie bei den Golden Globes und das war dann so ein bisschen so, okay, aber jetzt, nachdem ich sagen muss, dass Matt Damon bei Obamheimer so ein bisschen der Comedic Relief war, habe ich irgendwie Lust, den anzugucken. Also ich kann es nur empfehlen, ich finde vor allem, dass der Film diese tollen komödischen Elemente hat, aber das geht nicht auf Kosten des Charakters. Also der hat seine Downs und der hat seine Tiefpunkte, wo der dir auch wirklich leid tut und wo er keinen Joke reißt. Es ist nicht so dieses, ich lockere jede schlimme Situation mit einem One-Liner auf, sondern der hat so einen schönen, so eine angenehme Art von Sarkasmus, dieser Film. Und ja, das funktioniert total. Plus er hat einen großartigen Soundtrack. Das ist wirklich, also der Soundtrack ballert und ich habe so viele Sachen in meine Playlist hinzugefügt, nur wegen diesem Film. Also ich kann es nur empfehlen, kann jedem ans Herz legen. Und ich finde, man fiebert auch richtig mit mit ihm. Also man wünscht sich richtig, boah, hoffentlich bastelt er das jetzt zusammen, hoffentlich funktioniert das jetzt und jeder kleine Erfolg, den er da fällt. Also ich weiß noch, ich habe mich richtig gefreut. Ja. Und das ist was, was ein Film tatsächlich selten schafft. Ja, absolut. Also der Marsianer für jeden, der ihn noch nicht gesehen hat, absolute Schauempfehlung. Da lohnt es sich dann im Zweifel sogar mal die Blu-ray zu kaufen, wenn es den jetzt nicht im Streaming gibt. Wir schauen auf jeden Fall nach und schreiben es in die Shownotes. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall. Und der kam tatsächlich vor einem Monat oder so was nochmal im leeren Beutel. Ja, der wurde nochmal aufgeführt. Und ich wäre reingegangen, aber ich konnte an dem Abend leider nicht. Und ja, deswegen habe ich ihn leider verpasst, aber ich habe den sowieso irgendwie 20 Mal sicher gesehen. Ja, Blade Runner und der Marsianer sind beides Bücher von Philip K. Dick. Das finde ich auch sehr interessant. Ja. Also das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ridley Scott ist eben kein Writer. Also wenn man auch mal seine Writer-Credits anschaut, dann sind das glaube ich nur ein paar Kurzfilme. Im Zuge von Blade Runner 2049 gab es ja so ein paar Kurzfilme noch. Da war er irgendwie als Writer mit dabei. Bei einem, beim ersten. Ah ja, okay. Welcher war das? Das war der ... Majerit Littow? Ah, okay. Genau, ja. Das Spiel führt ja auch sein Sohn-Regie bei den beiden Real-Prequels. Oder diesen beiden Kurzfilmen. Ich muss auch sagen, jetzt noch zu diesen Kurzfilmen. Ich habe die erst, als ich Blade Runner 2049 das zweite Mal geguckt habe, habe ich die davor geguckt. Und die haben mir enorm geholfen, den Film noch besser zu finden. Ja, absolut. Die sind auch echt ... Also die sind ... Ich finde den Anime, den ersten davon, den fand ich richtig cool. Das war das mit diesem Truck, oder? Genau, das war das, wo sie in dieses Ding einbrechen mit dem Blackout. Die anderen beiden waren ganz cool. Gerade auch, da ist mir ein bisschen die Hintergrundstory von Dave Bautista in 2049. Den fand ich, glaube ich, richtig stark. Genau. Den mittleren, der fällt ein bisschen, fand ich, ist ein bisschen abgefallen. Aber es tut trotzdem wahnsinnig gut fürs gesamte Worldbuilding. Weil ansonsten wird es in 2049 so irgendwo mal angedeutet, ein bisschen so, man kann sich zusammenreimen mit viel Fantasie. Aber das dann tatsächlich zu sehen ist schon extrem cool. Und ich fand das eine wahnsinnig geile Herangehensweise. Wenn man so ein Sequel macht, was so weit dazwischen, was so viel Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ist, da einfach drei so wirklich Kurzfilme reinzupacken, die nicht wahnsinnig teuer waren in der Produktion. Kann ich mir nicht vorstellen. Du hattest die Sets schon, dann stellst du da die Leute rein. Das wird jetzt keine Unkosten gemacht haben. Aber es macht wahnsinnig Spaß. Es ist wahnsinnig cool, dass die existieren. Ja, vor allem arbeitet das einfach nur so ein bisschen die Welt. Und die Blade Runner Welt finde ich sowieso cool. Sollte da nicht sogar eine Serie kommen? Ich meine, ich hätte da irgendwann mal was gehört, dass eine Serie in dieser Welt entstehen sollte. Aber vielleicht irre ich mich da jetzt oder auch gerade. Also ich habe mal gehört, Ridley Scott will vielleicht einen dritten Teil machen. Es kann sein, dass ich es in meinem Kopf irgendwie gerade damit vermische mit Dune wieder, weil da kommt er auf jeden Fall in eine Serie zu dem Binniger Sered. Gut. Hat jemand noch einen Film von Ridley Scott? Ich hätte sonst noch Black Hawk Down, über den ich auf jeden Fall gerne reden würde. Ich weiß nicht, ich war jetzt gerade dran, deswegen würde ich euch das Wort auch gerne geben. Und ich hätte jetzt keinen Film mehr, über den ich passieren würde. Ich würde ganz kurz vielleicht ein, zwei Worte zu Kingdom of Heaven noch sagen, weil Duelists habe ich vorhin schon angesprochen. Da kann man nicht wirklich viel mehr zu sagen. Duelists kann man sich anschauen. Ist der erste Ridley Scott Film, hat ein paar coole Szenen. Würde ich jetzt wieder abraten von noch sagen, muss man unbedingt gesehen haben. Wenn man Bock auf einen Ridley Scott Film hat, ist es definitiv eine genauso gute Wahl wie die meisten anderen. Es ist ein klassischer Ridley Scott Film. Vielleicht ein bisschen zu zäh an manchen Stellen. Aber zu Kingdom of Heaven, ich kenne ihn nur im Directors Cut. Mal wieder ein Ridley Scott Film mit einem Directors Cut, der noch mal länger ist. Der Film dauert im Original schon, ich glaube, zweieinhalb Stunden. Dann dauert er noch mal 20 Minuten länger. Die dem Film sehr gut tun. Der Film ist immer noch viel zu schnell. Es passiert immer noch viel zu viel. Er ist immer noch wahnsinnig überladen, dieser Film. Teilweise, manche Kampfsequenzen sehen nicht so geil aus, wie sie es könnten. Ich habe trotzdem eine Schwäche für den Film. Ich finde, der Film macht echt Laune. Ich finde, er fühlt sich ein bisschen an wie so eine Videospielverfilmung. Weil er einfach zu viel versucht, weil er einfach, weil dieser Protagonist sich anfühlt wie so ein Videospielprotagonist. Weil er irgendwie alles kann. Er ist wahnsinnig charismatisch. Er kann Ackerbau. Er ist ein krasser Feldherr. Er ist ein wahnsinnig guter Stratege und ein wahnsinnig cooler Typ einfach. So ein Best Buddy mit jedem. Aber ich mag den. Ich finde, der sieht cool aus. Ich finde Orlando Bloom in der Hauptrolle finde ich sehr cool. Ich weiß nicht. Ich finde, ich habe einfach wahnsinnig Spaß an diesem Film. Ich weiß, ich sollte nicht so viel Spaß an diesem Film haben eigentlich, wie ich es an diesem Film habe. Aber ich finde den geil. Der Soundtrack ist mega. Es gibt eine Szene, wo, also kurz, zur Einordnung gespielt während den Kreuzzügen. Das ist ein Kreuzzugsfilm und der Typ ist in England und nimmt dann an den Kreuzzügen teil und landet in Jerusalem und dann passieren Dinge. Also das kann man, glaube ich, so kann man, glaube ich, die Handlung ganz gut zusammenfassen. Wenn man sich den Film anschaut, auf jeden Fall im Directors Cut. Auch dann kann ich ihn nicht jedem empfehlen. Wenn man Bock drauf hat, auf so einen Ridley Scott Historien-Epos, dann definitiv. Ansonsten, wenn man den Film schaut, weil man jetzt sagt, hey, ich will jetzt den Ridley Scott für alle Filme gesehen haben, dann kann sich es, glaube ich, echt ziehen. Aber es gibt gerade zum Beispiel, es gibt ein paar, einfach wahnsinnig geile Szenen. Es gibt eine Szene, wo so dieses gesamte Heer, dieses gesamte Kreuzfahrer-Heer, so in der Ferne, in der Wüste, mit so flimmernder Luft, mit so einem gigantischen goldenen Kreuz, aus dem Nichts. Das sieht einfach wahnsinnig cool aus. Wenn dann der Soundtrack geht, dann macht dieser Film einfach eine wahnsinnig geile Stimmung. Weißt du, ob es den irgendwo zu schauen gibt? Zumindest nichts, was ich habe, also weder auf Prime noch auf Netflix. Da muss man schauen. Würde ich auch den, wie gesagt, Blu-ray empfehlen für den Directors Cut. Der könnte sogar auf Disney Plus sein. Ich glaube, dass ich da mal das Thumbnail gesehen habe. Könnte sein, wenn es nur in der Langforschung schauen. 20-Century-Fox-Film ist. Ja, weil, ja, ja, da kamen einige Filme von ihm. Nee, ich habe gerade mal den Composer gegoogelt, weil ich dachte mir ja irgendwie, das ist auch was, was bei Ridley Scott immer wiederkehrend ist. Also er hat immer tolle Musik in seinem Film. Und das ist Harry Gregson Williams. Ich kannte den nicht vorher, aber der hat unter anderem auch der Marseana gemacht. Und die ersten beiden Shrek-Teile. Und die ersten beiden Shrek-Teile sind auch für einen grandiosen Score und grandiose Musik, finde ich bekannt. Also ich bin ein totaler Shrek-Fan, die eben auch aus seiner Feder stammen. Und sogar den dritten Shrek sehe ich gerade. Ja. Und den vierten auch. Oh wow. Okay. Naja, also auf jeden Fall guter, guter Komponist. Ich weiß nicht, gibt es da noch zu noch was zu sagen? Nee, ich will gar nicht so lange drüber reden. Ich wollte ihn nur erwähnen, weil mich sonst mein Mitbewohner der Geschichte studiert verprügeln würde, glaube ich. Oder nicht mehr füttern würde. Dann komme ich im selben so gleich schnell, sage ich mal, zu Black Hawk Down noch. Das ist ein Film, den ich früher total toll fand, beziehungsweise den ich ja so eindrucksvoll fand. Ich muss aber mittlerweile sagen, dass es schon ein bisschen ein amerikanischer Propagandafilm ist. Ganz kurz zur Handlung vielleicht. Es spielt 1993, das US-Militär und die UN intervenieren in Somalia, insbesondere Mogadischu, also die Hauptstadt. Und es geht um einen Raid, den sie geplant haben, den sie dann auch durchführen, indem sie ein Warlord-Ding festmachen wollen. Und das geht natürlich schief. Daher kommt auch der Name. Der Black Hawk ist ein US-amerikanischer Militärhubschrauber. Und ja, von denen werden einige abgeschossen. Und ja, das läuft alles nicht so wie geplant. Das ist ein Film, der wieder fantastisch aussieht. Also gerade es gibt diese Szenen, wo dann wie so ein Apocalypse Now mit ganz vielen Helikoptern und ja, die Szenen sind, also die Bilder sind groß und das sieht alles toll aus. Es wird aber leider nur so diese amerikanische Sicht beleuchtet und leider gar nicht das Leben der dortigen Bevölkerung. Die werden dann eher so als, ja sag ich mal, Opfer dieses Konflikts dargestellt. Aber ja, ich finde das so ein bisschen undifferenziert. Der Film ist wieder toll besetzt, der klingt wieder toll, Hans Zimmer hat die Musik gemacht. Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn man Kriegs- schrägstrich Antikriegsfilme mag, dann sollte man Black Hawk Down, glaube ich, gesehen haben. Es ist auf jeden Fall interessant und soweit ich weiß, auch relativ nah an den, ja, den tatsächlichen Begebenheiten. Also es basiert ja auf einer wahren Begebenheit, auch diese Mission. Und wenn man sich dafür interessiert, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Sonst, falls man aber ein Problem damit hat, wenn sich Amerika mal wieder als Held darstellt und wenn sie Weltpolizei spielen, dann spart man den vielleicht besser aus. Genau. Das ist so viel dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, mehr muss ich zu Black Hawk Down gar nicht sagen. Josh Hartnett spielt die Hauptrolle und den fand ich mit das coolste in Oppenheimer. Ja. Das ist noch als kleinen Fun-Fact. Aber mehr fahre ich mir auch nicht an. Das ist genau der, den ich meinte letzte Woche. Ja, total vergessen. Ja, cool. Dann würde ich sagen, von meiner Seite aus wäre der Ridley-Scott-Part jetzt vorbei. Vielleicht können wir nochmal zusammenfassend sagen, was wir jetzt auch, über das wir jetzt geredet haben, was für uns Ridley-Scott ausmacht. Für mich sind das wirklich diese ganz großen Bilder, immer sehr authentisch und vor allem, ja, dieses Effiziente. Dieser Mann produziert einfach mit 85 Jahren immer noch jedes Jahr einen Film. Und das ist halt wirklich krass. Und wirklich die Qualität, die dabei rumkommt, das ist kein Uwe-Boll-Projekt, sondern das sind halt wirklich große, große Bilder, die sich auf jeden Fall immer lohnen, auch auf der großen Leinwand anzuschauen. Also, ich bin nicht der allergrößte Ridley-Scott-Fan, aber ich sage bei jedem Ridley-Scott-Film, oh wow, es kommt ein Ridley-Scott-Film raus. Ich freue mich irgendwie drauf. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es wird. Und, ja, das wird sich jetzt auf jeden Fall für die nächsten zwei Projekte, nämlich Napoleon, der dieses Jahr kommt und Gladiator 2 für mich fortsetzen. Habt ihr noch was zu sagen dazu? Ja, ich bin allein schon bei dem Cast von Napoleon, freue ich mich auf den Film. Und nachdem ich fand, dass House of Gucci für mich schon eine absolute Enttäuschung war und ich den Film wirklich nicht gut fand, habe ich jetzt schon ein bisschen Vorabehalte bei Ridley-Scott, aber auf jeden Fall freue ich mich auf Napoleon und auch auf Gladiator 2, weil auch Paul Mescal da mitspielt und das finde ich fantastisch und ich finde es schön, dass er jetzt auch so durchstartet. Gut. Bei dir noch was? Ich glaube nicht. Ich will nur sagen, also er hat auch neben den Filmen, über die wir gesprochen haben, die natürlich alle geil sind, hat er auch so ein paar mittelmäßige und ein paar Gurken natürlich wie House of Gucci, ich fand ihn jetzt nicht so schlimm, aber es gibt ein Zitat in House of Gucci, das ist tatsächlich hängen geblieben und mit dem würde ich diesen Film auch beschreiben oder die ganzen Ridley-Scott-Filme, die jetzt nicht so toll sind und zwar ein Triumph des Mittelmaßes und das ist für mich, sind das ganz viele von diesen Ridley-Scott-Filmen, so All the Money in the World zum Beispiel, diese ganzen Filme, das sind Filme, die haben sicher viele Leute mal gesehen, aber viele Leute auch genauso schnell wieder vergessen, aber er hat eben immer mal wieder diese Highlights und auch das und seine Glanzstunden sind auch noch nicht vorbei, sondern er macht halt auch immer mal wieder einen geilen Film, der uns daran erinnert, so hey Ridley-Scott kann auch geile Filme und dann macht er mal wieder eine Gurke, also es ist immer so ein bisschen ein Coinflip, ob er jetzt so mäh wird oder halt richtig geil. Absolut. Gut, dann würde ich jetzt vielleicht zu unserem letzten Segment überleiten und zwar, was haben wir zuletzt gesehen, ich glaube, wirklich viel Zeit haben wir auch nicht mehr, deswegen würde ich das jetzt ganz kurz fassen, jeder sagt vielleicht einen Film, falls ihr mehr wissen wollt, falls ihr euch denkt, hey, was schauen die denn sonst noch, das kann doch nicht sein, dass die in der Woche nur einen Film schauen, nein, tun wir nicht, aber man kann das nachschauen und zwar auf Letterboxd, wir verlinken unsere Letterboxd-Accounts unter dem Video beziehungsweise auf YouTube beziehungsweise ist es in den Shownotes gespeichert, da könnt ihr einfach nachgucken, was haben die denn so gesehen und vor allem könnte man da nachgucken, was für eine Punktzahl geben wir in diesen ganzen Sachen, weil da kann man zwischen praktisch einem und zehn Punkten vergeben und da kann man immer ein bisschen schauen, haben die Leute denn wirklich Filmgeschmack oder faseln die nur? Gut, damit würde ich das Wort an dich übergeben, was hast du zuletzt geguckt? Ähm, ich habe, jetzt muss ich mich entscheiden, okay, dann mache ich mir erstmal was Entspanntes, weil ich habe letzte Woche den Fehler gemacht, während ich Seminararbeiten schreiben muss, Baldur's Gate 3 zu kaufen und anzufangen und dieses Spiel für die Leute, denen es nichts sagt, ist quasi Pen & Paper, aber in Videospielform und zwar sehr akkurat rübergebracht, was ist Pen & Paper für die Leute, die es nicht kennen, man sitzt um ein Spiel an einem Tisch und spielt quasi ein interaktives Buch, blöd gesagt und dazu kam ein Film unter anderem, nämlich Dungeons & Dragons und den habe ich letzte Woche ein drittes Mal geschaut, seitdem er im Frühjahr dieses Jahres rauskam, mal wieder auf Blu-ray und ich liebe diesen Film, ich finde, das ist einer dieser Filme, von denen es viel zu wenige gibt heutzutage, der wahnsinnig unterhaltsam ist, wahnsinnig charmant ist und einfach wirklich einer der wenigen Filme ist, wo ich tatsächlich im Kino saß währenddessen. Kann man den irgendwo schauen oder wo hast du den? Ich habe ihn auf Blu-ray. Oh, dann leihe ich mir den gerne mal aus, was in Ordnung ist. Ja, cool. Und da freue ich mich, den werde ich wahrscheinlich im nächsten Monat nochmal schauen, also wenn ich diesen sogar nochmal groß empfehle. Ich fand den auch super im Kino, hatte keine Erwartungen und dann bin ich reingegangen und Hugh Grant, allein, also die letzten Filme, die der macht, der hat immer Bock und der Cast ist echt toll und der Film macht auch wirklich Spaß und ist auch nicht dieser dumme Humor so wie oft in Marvel-Filmen, sondern der ist dann auch wirklich in dieser Welt stimmig und das finde ich toll. Ja, ich muss den tatsächlich noch nachholen, aber ich habe tatsächlich in der Debatte um Indiana Jones 5, weil ich bin, glaube ich, einer der ganz wenigen Leute, ich fand den auch nicht perfekt oder würde den jetzt nicht unbedingt als guten Film bezeichnen, aber ich hatte krass viel Spaß damit, dass mal wieder so ein Abenteuerfilm rauskam, weil das so ein Genre ist, das, finde ich, total unterbedient ist und gerade in der Debatte um Indiana Jones 5 kam dann immer, ja, aber ganz im Ernst, Dungeons & Dragons hat so viel besser gemacht und dann dachte ich mir so, okay, dann muss ich mir das wohl mal anschauen, aber cool, dass der auch so von euch so ein positives Feedback kriegt. Gut, was hast du geschaut? Also, nachdem ich nach Barbie ein Interview gesehen habe von Letterboxd mit Greta Görwig, habe ich mir gedacht, boah, ich schaue einen Film an, den ich dieses Jahr das erste Mal gesehen habe und den ich fantastisch fand, den wollte ich auch meiner Freundin zeigen und dann habe ich zum zweiten Mal Singing in the Rain gesehen und der ist dann direkt in meine Top 5 gerutscht, weil das ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten, ich mag keine Musicals, aber der Film schafft es A, eine super interessante Story zu erzählen, die über das Filmemachen geht, die über den Stummfilm geht, über diesen Übergang zwischen Ton und Stummfilm, der wirklich fantastische Tanzeinlagen hat und auch richtig schön aussieht auf Technicolor und das ist so ein Film, da denke ich mir, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viel Mühe ist da reingeflossen und das sieht man alles auf diesem Film und er ist wirklich fantastisch und man hat auch einfach eine wirklich schöne Zeit bei dem Film. Ja, den muss ich auf jeden Fall mal noch anschauen, das ist ja ein absoluter Klassiker, ich habe den immer noch nicht gesehen. Gibt es den irgendwo zu schauen? Den habe ich auch auf Blu-Ray, so kann ich dir auch ausleihen. Dann gleich mir eure Blu-Rays haben wir mir. Bei mir ist es jetzt auch gerade so ein bisschen eine Entscheidung. Ich würde sagen, ich rede über den guten Film und warne ganz kurz vor dem schlechten. Promising Young Woman habe ich endlich mal gesehen, den hatte ich bisher immer noch aufgeschoben beziehungsweise ich habe den damals nicht im Kino geschafft, ich war dann viel beschäftigt und ich habe den jetzt mit meiner Freundin angeschaut. Ich fand den großartig, also so viel kann man schon mal sagen. Es geht um eine Frau, eine Junge, die jedes Wochenende sagt sie, sie geht in einen Club, tut so, als wäre sie sturzbetrunken und lässt sich dann von so einem sogenannten Good Guy so nach Hause bringen, irgendein Typ, der sich halt versucht, an ihr irgendwie zu vergehen und ja, stellt ihn dann zur Rede eben. Und ja, es geht um sie als Person, wie sie, ja, wie Frauen auch in unserer Welt vielleicht das Feiern eben erleben, was für viele bittere Realität ist und stellt das mal so ein bisschen auf den Kopf. Ich fand, der Film hatte ganz, ganz, ganz eindringliche Momente, wo man sich auch als Mann fragt so, hey, man hinterfragt diese ganze Zeit diese Situation und denkt sich so, fuck, hab ich mich mal irgendwann so daneben benommen und das, man sieht, man merkt diesen Film so an, das sind Situationen, zu denen man vielleicht irgendwo sogar einen Bezug hat, weil man war halt feiern, hat sich mit jemandem unterhalten und dann kommt aber dieser Twist oder dieser Change, wo er dann praktisch über die Stränge schlägt und das wird, das macht so eine, ein unangenehmes Gefühl, deswegen, ich würde vor allem jedem Mann auch diesen Film total ans Herz legen, weil ich finde, das ist, das schafft ganz viel Awareness dafür, was für kleine Dinge schon damit anfangen, dass sich eine Frau in dem Fall eben unwohl fühlt beim Feiern und deswegen fand ich den ganz, ganz wertvoll und ich fand tatsächlich, der hat ein ganz unvorhersehbares Ende, also das ist so, wenn man, wenn man Filme schaut oder viele Filme schaut, dann ordnet man währenddessen schon alles so ein bisschen immer in so eine Aktstruktur und okay, jetzt kommt das und jetzt kommt das, jetzt kommt das und am Ende wird es darauf hinauslaufen und ich nervt dann immer meine Freundin so ein bisschen, weil ich sage so, das ist jetzt passiert und am Ende wird das und das so und so aufgelöst und ich habe bei dem Film auch so, und ganz oft liege ich auch richtig, bei dem Film habe ich auch eine Vermutung aufgestellt und ich lag absolut falsch und ich habe mich so gefreut, dass ich das getan habe, also ich fand, der hatte ein tolles Ende und der hatte eine tolle Message, ich würde den jedem ans Herz legen, ich finde das ein ganz wertvoller Film. Gut, so habt ihr Promising Unum überhaupt gesehen? Ja, im Flugzeug, also sage ich nichts dazu. Was ich auch richtig interessant fand, war dieser, auch der Umgang von Frauen mit anderen Frauen, in solchen Sachen passiert sind, weil da gibt es wirklich eine absolut erschreckende Szene. Absolut, ja. Und also dieser Film hat da wirklich Stellen gehabt, da war es einem wirklich unwohl in der Magengrube und ich habe nicht gedacht, dass der Film so böse sein wird. Vor allem finde ich, und das finde ich ganz wichtig, deswegen meinte ich auch, der sollte sich vor allem wirklich jeder Mann mal anschauen, es ist so ein Thema, Übergriffigkeit und sowas, natürlich man weiß, dass es ein Thema ist, aber ich finde, durch diesen Film wird auch mal aufmerksam gemacht, wo sowas eigentlich schon anfängt, wo das, und wo man sich vielleicht auch als Mann in dem Moment gar noch nicht die Gedanken gemacht hat, aber wo das für eine andere Person schon anfängt, dass man sich unwohl fühlt, dass man, dass man sich vielleicht auch Erinnerungen getriggert werden an vergangene Ereignisse und deswegen finde ich das wirklich, also der hat mich wirklich mitgenommen auch, also ich habe den fertig, ich habe den angeschaut und ich lag dann auch noch so eineinhalb Stunden wach und habe wirklich über diesen Film nachgedacht, weil ich fand, der hatte eine ganz, ganz eindringliche Message, also dem würde ich jedem ans Herz legen, gibt es auf Amazon Prime zu schauen, absolute Schauempfehlung. Und jetzt muss ich noch ganz kurz warnen, weil ich war erst kürzlich in der Sneak und der Film kommt jetzt bald raus und nicht, dass Leute den Fehler machen, ins Kino zu gehen, ich habe Kandahar gesehen, das ist der neue Film mit Jared Butler, ja, wo sie in Afghanistan sind und aus irgendeinem Grund spielt Pakistan noch eine Rolle und der Iran und ja, es fühlt sich an, ja, so stellt sich Amerika den Mittleren Osten vor und das ist nicht schön. Ich fand den überhaupt nicht gut, ich finde, der hat schlecht geschnittene Action, der hat ganz forcierte Dialoge, es werden ein paar Themen angesprochen, die zwar eine ernstere Note haben, aber das wird dann überhaupt, dem wird nicht den Raum zum Atmen gegeben, das fühlt sich dann eher so an, wie Lines, die reingeschrieben werden, dass man irgendwie sagt, man hat einen moralischen Anspruch damit erfüllt. Ich fand den ganz, ganz übel, ja, kommt auch in der Kritik mies weg, das ist praktisch im selben Fahrwasser wie diese ganze Olympusers Fallen, Londoners Fallen und so weiter und so fort, ja. Dann würde ich noch ganz, ganz kurz was reinschmuggeln und zwar würde ich gerne auf eine positive Note enden und zwar ist auf Mubi gerade Workmeister Harmonies, Werkmeister Harmonien, Bilatar ist der Regisseur, das ist ein ungarischer Regisseur, der Film ist von 2000 in Schwarz-Weiß gedreht, kann ich jedem absolut nur empfehlen, ja, es war letzter Donnerstag, ein Kumpel und ich haben Filmabend gemacht, er hat sich Kung Fu Panda ausgesucht, ich habe einen ungarischen Film in Schwarz-Weiß ausgesucht, der insgesamt auf die zweieinhalb Stunden Laufzeit fast 39 Schnitte nur hat, er mag mich nicht mehr, so viel sei gesagt, nee, auf jeden Fall, ganz, ganz große Empfehlung für jeden, der Bock auf einen anspruchsvollen Film hat, ich habe ihn überhaupt nicht verstanden, ich habe den Film Instant 5 von 5 gegeben, es geht in der ersten Linie um einen kleinen Mann, einen kleinen Mann, einen jungen Mann, der in einer ungarischen Kleinstadt irgendwo in der Pampa lebt und es geht um diese Kleinstadt, es geht so ein bisschen Metaphorik in Richtung Faschismus und eiserner Vorhang und UDSSR und was da alles so abging und ist ein wahnsinnig faszinierender Film, der sieht so toll aus, ich habe selten so einen mitreißenden Film erlebt, ja, der ist an manchen Stellen, kann man den vielleicht lang finden, aber jeder, der Bock hat, auf was anspruchsvolles, man kann es wahrscheinlich am ehesten mit irgendwie einem Tarkowski zum Beispiel vergleichen, das ist zumindest ein Vergleich, der häufig rumgeworfen wird und ich sehe es, aber ich fand ihn tatsächlich zugänglicher als Tarkowski und vor allem unterhaltsamer nochmal. Ist wahrscheinlich sein kürzester Film. Ja, wahrscheinlich, weil der hat auch, was ist es, Satan Tango mit irgendwie sieben Stunden oder sowas, ich freue mich, ich freue mich. Da muss man eigentlich so eine Batch kriegen, ich habe Satan Tango geschaut und dann auch so eine goldene, wenn man es auf Stück getan hat. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eine ganz gute Liste wieder zusammen, die ganzen Filme und wo es die zu schauen gibt, das schreiben wir nochmal in die Shownotes rein und in jedem Fall, geht ins Kino, geht meinetwegen auch in Kandahar, wenn es sein muss, aber Hauptsache geht ins Kino, aber ich glaube zur Zeit, dann schaut euch lieber noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal oder ein viertes Mal Oppenheim oder Barbie an, bevor ihr in Kandahar Oder Talk to Me. Oder den, ja, oder Talk to Me. Oder Mission Impossible. Oder den sogar, obwohl ich will immer Tom Cruise kein Geld geben, aber egal, geht ins Kino, habt Spaß beim Filmeschauen und dann hören wir uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis bald, ciao. Bis dann, ciao.